Ich bin Felix, Küchenchef im Park Hotel Fitznau, verantwortlich für die wunderschöne Seeterrasse hier draußen direkt am See. Wir sind hier im Park Hotel Fitznau am wunderschönen Vierwaldstädter See, ein exklusives 5-Sterne-Luxushotel mit 48 Suiten, wird geführt aktuell im privaten Gasthausstil. Einzigartig in der Lage und in der Ausstattung, privat geführtes Gästhaus, was nur ausgesuchte einzigartige Produkte verwendet, sowohl im Wein als auch im Food-Bereich. Wir schaffen schon seit der Eröffnung des Park Hotel Fitznau mit Luma zusammen, sehr vertrauten miteinander, arbeiten sehr eng. An der Zusammenarbeit mit Luma gefällt mir die Hilfe nach der Suche nach einzigartigen Produkten, die Hilfe für Tipps und Tricks auch in der Zubereitung der Produkte und dieses zuverlässiges Bereitstellen von all meinen Wünschen. Der sehr, sehr, sehr enge Austausch, die sehr enge Zusammenarbeit auf der Suche nach immer wieder etwas Neuem. Das aktuelle Lieblingsprodukt, was wir seit letztem Jahr sehr, sehr, sehr gut und schön verkaufen, ist die alte Kuh bzw. auch das Swiss Black Angus Kotelet, was wir seit diesem Jahr exklusiv bekommen dürfen. Wir bereiten es auf dem Big Green Egg zu, direkt vor den Augen der Gäste, dann ganz normal klassisch da ziehen und nochmal schön Kruste geben über der Holzkohle. Meine Lieblingszubereitungsart und auch angeboten dieses Jahr bei uns auf der Seeterrasse ist Caveman-Style. Wir garen das Steak kurz und knackig direkt in der heißen Glut. Ja, mit den intensivsten Raucharomen. Also wenn ich mich für eine einzige Person entscheiden müsste, mit der ich Dinner oder Lunch zusammen verbringen dürfte, vielleicht sogar hier auf der Seeterrasse. Das ist meine Freundin. Tschüss. Was würde ich jeder noch bitten? Ein Steak. Ein schönes Filetsteak. Ja, ein schönes Filetsteak. Ja, ein schönes Filetsteak. Ja.